Um sich weiterzuentwickeln, die Meditation gehört für ihn auch mit zum mentalen Training, zur Vorbereitung. Eine ausgeklügelte Ernährungsform, die ja auch ganz wichtig ist bei diesem Sport. Patrick Heisel kommt aus Saarbrücken, ist 29 Jahre alt, deutscher Meister seiner Klasse beim Grand Prix von Linz auf Platz 8. Auch er hat sich enorm verbessert.